Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Ja und damit hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Folge Alien Isolation Und ja, was machen wir? So, was wir machen könnten wäre zum Beispiel hier mal einen Geräuschemacher platzieren oder wir lassen das besser und nehmen uns unseren Flammenwerfer ja komm du verziehst dich doch auch sicherlich wieder, oder? oder? tut er tatsächlich ah, da bin ich ja schon ein wenig beruhigt ok hmm oh man wenn ich dich da vorne so sehe dann bin ich mir nicht sicher ob ich hier wirklich sein möchte das Viech ist ein echt schlaues Biest hmm oh man, oh man, oh man, oh man ok ok na toll das gefällt mir ganz und gar nicht uncool uncool oh man, das ist auch uncool so, du stopfst da hinten davon das heißt wir haben Zeit um in die Richtung zu kommen warum sie allerdings nicht einfach eine dieser Türen freiräumt und aufschneidet weiß ich auch nicht ok 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 du bist da auf jeden Fall hinter schon mal gut zu wissen ok wir sehen gerade gar nichts oh kacke es ist hinter uns ja, stopfst du einfach mal an uns vorbei wie wäre es, wenn du dich einfach mal verziehst aus diesem Gang ach mensch, komm ich möchte nicht vor allem möchte ich gerade keine Munition verschwenden vor allem möchte ich gerade keine Munition verschwenden ok du stehst da vorne rum das heißt, wir können es ja eigentlich mal versuchen uns hier rein zu sneaken in der Hoffnung dass wir das hier überleben lecker ich denke eigentlich schon ausgeräumt hier oh mein Gott oh mein Gott das könnte unser Leben retten das könnte unser Leben retten wo bist du denn jetzt ok, du stapfst hier irgendwo mit rum aber theoretisch aber theoretisch wenn du nicht hier reinkommst dann siehst du uns ja auch nicht ok ok jetzt oder nie 1 2 3 3 3 ok du wartest dahinter auf uns gut 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 du bist hier noch ich sehe dich doch na komm schon oh mein Gott oh mein Gott ok machen wir mal ein bisschen Licht ausnahmsweise ausnahmsweise und gönnen wir uns mal die Pumpgun wer weiß ob wir die gebrauchen können solange ich dich da hinten im Blick habe ist alles gut wie die Musik auch gerade einfach ausrastet da vorne bist du irgendwo solange du da vorne bist gehst du mir hier nicht auf den Sack und da wir das hier so souverän gemeistert haben gönnen wir uns auch nochmal einen Speicherpunkt poi hoi holy macaroni na komm schon na komm schon na 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 Oh Mann Okay, da ist nichts drin Oh mein Gott, wir haben dieses Level geschafft Leute Das gibt es doch nicht Oh mein Gott Dein Ernst Wieso haben wir es gerade geschafft hier reinzukommen Was Ist das dein Ernst? Ah doch, wir kommen durch Wollte gerade sagen Das Kann jetzt nicht euer Ernst sein Und ja, ich Sag gerade mal Scheiß auf den Doofen Dingens hier Bevor das Viech hier reinkommt Bin ich aber mal raus Das ist aber sowas von Okay, jetzt ist es verwirrt Ich hoffe einfach mal Es hat jetzt Angst vor dem Feuer Ich weiß nicht, ja es ist da vorne Ja Ist ja gut Oh mein Gott Geh mir doch nicht auf den Sack Aktuellen Spielstand Laden Jetzt sei doch mal ruhig da Das haben wir doch schon so oft gehört Ja Lauf Lauf doch Ich würde so gerne rennen Aber es hört ja das Rennen kartenweit Sprich dann weiß es sofort wo ich bin Das nick ich doch lieber Wo sollen wir denn jetzt hin Finden Sie einen anderen Weg in das Raumfahrtterminal Gut Danke sehr Wunderbar Das hat doch schon mal einigermaßen funktioniert Gibt es hier irgendwo eine Speicherstation Ja, gibt es Wunderbar Ja, 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 ja Wo müssen wir denn hin überhaupt Ermöglichen Sie der Torrance das anlocken Äh Ähm Hm Okay, da können wir nichts machen Das Ding ist kaputt Autsch Wollen wir nicht Sogar am Anfang irgendwo mal Ich meine ja so war hier nicht irgendwo ein geheimer Zugang ja der ist aber gerade zu na toll das ist ja wunderbar das Ding abspielen möchte ich gerade eigentlich nicht sondern irgendwie versuchen auf die andere Seite zu kommen was hierdurch leider auch nicht geht wir schauen uns einfach mal um der Strom läuft hmm interessant ich verstehe es nicht es gibt keinen fucking orbital notfall degenerator äh koordinator wie auch immer oh man ist doch nicht mehr feierlich hier muss ich hier hin ok komm schon wunderbar klappt das Ding mal ein bei sowas müsste es eine Notfallverriegelung von innen geben oh Gott warum geben sie uns ganz viel äh Flammenwerferöl da juckt gerade mein Ohr und Leute wisst ihr was ich habe das Gefühl dass hier wird der letzte Punkt sein an dem wir einen kleinen Cut machen können ohne dass wir komplett aus dem Spiel gerissen werden das heißt an dieser Stelle mache ich eine kleine Pause hoffe natürlich euch hat das Video gefallen wenn ja dann lasst mir noch eine Bewertung und oder einen Kommentar da und wir sehen uns dann in der nächsten Episode ich sage einfach mal bis dahin macht's gut haut rein